Jetzt sind wir hier und nach längerer Aufnahmezeit natürlich weiß ich schon gar nicht mehr, was ich machen wollte. Aber ich weiß, dass wir kein Getreide haben und deshalb mache ich jetzt hier noch so ein Getreide-Dingens hin. Sauber. Fängt ja schon wieder echt nice. Dann würde ich jetzt mal sagen, mache ich das, na, ne. Wie viel, machen wir mal. Ja, ich glaube 9 reicht, 9 Holz, Kohle. Da fallen dauernd so Dinger weg. Und ich habe so das Gefühl, ich muss das ganze Ding hier umbauen und so ein ganzes Vorhaben. Und das mache ich mal schnell, indem ich hier einfach das Wasser rausnehme. Hier rein und die Lava rausnehme. Da rein. Und mal schauen. Oh shit, es ist die Fagel. Okay, ich habe die Fagel zum Glück noch. Dussel. Ähm, ja. Mal schauen, ob ich das besser hinkriege, dass da jedes Mal was rauskommt. Und weil ich habe so das Gefühl, ich habe da ein bisschen Failshit gebaut, sage ich jetzt mal. Weil ich habe eigentlich nicht so die große Ahnung von, äh, Bauen hier. Und ich weiß nicht, das hätte ich vielleicht mal vorher ausprobieren sollen, ob das so funktioniert. Weil wenn nicht, dann habe ich da ziemlich schnell verschissen. So, das funktioniert auf jeden Fall so. Und die Lava funktioniert. Ach, ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan, wie man diese Scheiße bauen sollte. Das, ups. Ein bisschen Stein sparen hier. Das einzigste, was ich... Ah, Mann. Erste Folge. Erstmal wieder krass Fail natürlich. Ne. Das wird's aber... Echt... Lucky war das. Ich weiß nicht, ob das so funkt. Ich hoffe jetzt mal... Ah, noch Deutschler war... Lalalalalalalala. Boah. Okay, alles klar. Ich glaube, ich muss hier vorne so eine halbe Platte hinmachen. Sollte ich glaube wirklich machen. Aber davor wäre es vielleicht nicht schlecht, hier noch ein paar Fackeln anzubringen. Ich weiß ja nicht, wo diese Monster alle spawnen. Ganz ehrlich, geht es sonst besser? Ah, mit dem Schwert geht es besser. Alles klar. Hier dürfte eigentlich eh nichts wachsen. Dann nehme ich das mal weg. Nimm meine... Ah, Kartoffeln. Oh mein Gott, ich glaube es ja nicht. Hä, eine. Sauber. Ich würde jetzt... Ich erst mal was. Nicht, dass hier gleich die... Monster vom Himmel regnen. Was ich schon fast befürchte, weil... Ups. Ja, jetzt sind hier beide Bäume gewachsen. Und das ist natürlich nicht ganz so optimal, weil der so riesig wird und ich nicht alles abbauen kann. LOL. Okay. Also das hat schon mal nicht geklappt. Ähm. Es wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich das wieder zum Leben... Er war... Keine Ahnung. Ähm. Ich hasse es hier. Zombie stirb. So. Ach genau. Ich wollte... Die Fackel... Nehmen. Da hinstellen. Und vielleicht... Haben wir ja das Glück... Dass es alles auszauert. Beziehungsweise wenn ich jetzt hier Scheiße baue... Ganz ehrlich, Leute. Dann... Habe ich... Verkackt. Komm. Und ich habe die Schwierigkeit natürlich wieder auf normal, weil ich habe zwischendurch ja mal wieder... Meine... Singleplayer-Welt gespielt. Aber ich glaube nicht, dass euch das... So... Hammerhart... Interessiert. Glaube ich nicht. So, die Holzkohle mal da rein. Ich weiß nicht. Wenn ich ein... Fleisch esse, dann... Hm. Das dumme Schiss ist natürlich... Der ist in 25. In 10 Sekunden lockert er... Und da... Sollte ich mich nicht bewegen, weil dann kriege ich kein... Oh, er hat ein Eisen fallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Eisen. Ich glaube es ja nicht. Hammergeilerleisen. So, nimmt er das jetzt in die Hand? Aber das Rottenflash bekomme ich. Und die Erfahrung natürlich. Und Schaden kriege ich auch natürlich. Ähm. Ja, mal schauen. Ich... Oh, jawoll. Wasser. Ähm. So, jetzt würde ich das gern wieder... Umbauen, weil man hat ja gesehen. Ich hab's absolut... Nicht drauf. Verpiss dich. Nein, nicht runterfallen. Schön hier. Sauber. Und ein Kürbis. Ich weiß zwar nicht, für was ich... Kürbis brauche aber... Oh. Komm, komm. Put, put, put. Nein, nicht runterfallen. Natürlich. So, kommt da schon der Nächste oder was? Ah, das wär's aber... Das wär's ja jetzt gewesen. Ich muss mich hier erstmal verteilt kommen. Ich wohne hier in die Kiste. Scheiße. Aber ich hab ne Idee, wie ich verhindern kann, dass die hier rüberkommen. Und trotzdem spawnen. So. Erstmal... Äh... Genau hier. Sauber. Ohohoho. Yeah. Guck mal hier. Ähm. So, und drumrum laufen können die jetzt natürlich nicht. Und die verbrennen das nämlich. Und dann... Kaschenken... Haben wir... Ähm... Wie nennt's? Haben wir... Hier... Ein... Rotten Flash Farmer. Sozusagen. Oh. Shit. Ich vergaß. Aber ich glaube, wir haben ja noch ein bisschen Erde. Fünf Stück sogar. Und wenn wir... Ich esse erstmal was. Weil sonst... Huuuuh. Ach, was war das eigentlich nochmal? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ach genau, da wollte ich so so eine Insel bauen, wenn's da eine gibt. Das muss ja hier irgendwie was... Also wenn das nur aus diesem Kontinent besteht, oder aus diesem... Klein-Stückchen... Klein-Fleckchen Erde dann... Dann rasch dich aus. Ganz ehrlich. Jetzt hab ich natürlich keine Schaufel. Aber ich glaub, ich mach mir... Keine... Ach shit, ich hab ne Schaufel. Fail. Jetzt wollte ich schon sagen, ich glaub, ich mach mir keine... Ähm... Ähm... Äh... Keine Eisenschaufel, sowas, genau. Das wollte ich sagen. Ach, jetzt hab ich natürlich... Doch, ich hab noch ne Melone. Ich hoffe, das sind Melonsamen. Das müssen doch eigentlich Melonsamen sein. So, und was kann ich mit den Kürbissen machen? Das würde ich jetzt... Really gern wissen. Ja, aber ein Weizen, das... Bringt mich jetzt doch nicht gerade weit. Ich glaub, ich muss erstmal für meine... Ups. Steinhütte vorsorgen. Aber... Das kann ich doch. Ah ne, das baue ich lieber nicht weg. Gut, hier. Das kann ich wegbauen. Und ich... Ey, da ist ein kleiner Zombie. Haben wir was gedroppt? Ne, doch. Oh, shit. Shit, ich hab den Enderman angeguckt. Mama! Bleib weg.